Servus Leute, hier ist euer Sephiroth und wie versprochen fang ich hier wieder an und hier kommen gleich Feinde bei meinem Haus genau wie ihr seht ich habe mich schon brav gelabbert was ich versprochen habe es gibt keinen Grund mehr sich zu fürchten ich habe neue Ausrüstung gekauft einmal das schöne große Schwert für größere Gegner und wie es schnell gehen soll das hier, die habe ich wirklich gekauft also das große Schwert habe ich hier irgendwo gefunden und die kleinen zwei schnellen Dinger habe ich gekauft haben mir bloß 3000 Münzen gekostet also machen 31 Schaden in der Sekunde können das und gehen es noch und hallo und ich habe jetzt eine Quest für euch in jedem Quest und zwar die heißt es Pestschild mit Bruder Fallon sollte einige dringende benötige Pakete Pestschild aus der Mission sind ein wenig besorgen Astrid Frisk hat mich gebeten in den Wäldern nördlich von Ditton Hill auf die Straße zur Mission nach ihm auszuhalten so nach dem Kerl suche ich jetzt und das ist da oben wie ihr seht ich habe ja auch schon ein wenig erkundet mich zu leveln musste ich ein wenig weiter hoch wie geht es euch und zwar in die Stadt und jetzt schaue ich mal kurz auf die Gebetskarte woher muss ich denn da laufen also er ist doch hoch ja gut folgen sie den Weg das machen wir doch glatt das hier ist und ihr habt ja nicht viel verpasst ich bin jetzt level ich werde jetzt level 8 also ganz viel habt ihr nicht verpasst wie gesagt es macht schon viel aus wenn man richtige Ausrichtung kauft und sich ein wenig hoch zieht auf gut Deutsch und da oben sind Monster das ist doch schön wir machen keine Gefangenen tut mich auch nicht ha 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 ja auch die Gegner hier oben sind etwas schwieriger und jetzt darf ich Pestschilder einsammeln da freue ich mich natürlich saumäßig drüber naja da naja sind schlimm da mache ich jetzt mal ein schönes Rad einfacher Drang der Lebensreinnovation Harmonie da brauche ich ja heil da brauche ich ja heil drange kaufen äh ja renn weg von mir warum du auch immer weg rennst ich kann dir helfen da bleib weit stehen da renken sie hier zu seinen großen Brüdern da ist gerade keine Zeit für euch nöd so ein Scheiß so ein Scheiß darf ich den jetzt hinterher jumpen ein Quasselstein ist gerade Zeit zum reden da wie dass das m da ein blöder Kerl rennt da einfach weg ich glaub den werd ich noch bis morgen hinterher gerennt ehrlich sowas schon wieder voll 21 brauche ich raffinesse dazu das ist natürlich ärgerlich und hier nur 12 ja gut das heißt automatisch 8 plus Rüstungen bis bei 20 und ich hab zurzeit 16 an jetzt sehen wir mal an genau so da fällt mir noch Macht 9 auch nicht mehr lang ja es sind nur alles mit Mana 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 das ist natürlich nicht zu toll denn das setze ich durchs Ring damit genau da hab ich noch 10 plus Mana keine Ahnung was das bringt rüsten wir halt einfach mal aus so Stufenaufstieg da hat sich auch was getan genau so so jetzt hab ich einen Punkt einen Punkt einen Punkt einen Punkt dann mach ich jetzt nochmal in Überzeugung rein oder ich mach Handeln ich will bessere Preise Raffinesse habe ich gesagt dann mach ich eine Menge in Verstohlenheit dann will ich meinen Sperrenschutz hier aktuelle Stufe Schadensresistenz nächste Stufe 6% das ist auch nicht verkehrt und natürlich Macht wurde aber gesagt Teuche will ich besser behandeln ich benutze ja meist derzeit Teuche so da bin ich dann übrigens schon ein wenig weiter da bin ich nämlich schon durch Land jetzt kann ich Speer machen so Hüter oder so Fernkampfschaden Schadensresistenz beim Ausmärkten Durchbohrungsschaden hm hier den Wanderer wollte ich ja haben genau, Nahkampf, Fernkampf, Magie und Einplus auf alle Talente das ist echt genial so, da haben wir hier alles eingesammelt ne ich kann nichts mehr einsammeln stimmt wo ist das nächste Ziel das ist sowieso ein wenig weiter weg dann habt ihr mal nix dagegen wenn ich glaube ich jetzt schnell mal ja da bin ich irgendwas verkauf und und schmiede und mach ja gut, schmieden ist noch nicht so muss ich echt ausbauen schmieden aber hauptsächlich kaufen und verkaufen will ich ja kann ich euch helfen ja, eventuell willkommen in unserer berühmten Gewerkhalle wenn ihr etwas kaufen ich will was verkaufen, Magule und zwar gut, ich hab zur Zeit 31 ausgelöst, also was drunter ist kann ich glaube ich verkaufen den behalte ich auf jeden Fall der hat 82 die Seitenhandschuhe behalte ich auf jeden Fall das will ich vielleicht selber verkloppen das kann ich verkaufen das kann ich verkaufen kleinvieh macht Mist das kann ich auch ich stand auf der Gamasch kann ich verkaufen das kann ich verkaufen das kann ich verkaufen heißen Stulden Lederkapuze ring der Maid bringt viel Geld so also ich brauche jetzt das hier noch nicht bringt braucht ihr auch Tränke genau, hier ein stabiler Trank alles 6 weg damit die Gamle was ich selber gemacht hab können wir alles verkaufen was ist das jetzt hier oder so wird voller Rohstoff verkaufen also gehen wir jetzt auf Fals ja den Rest können wir alle behalten bringt das sowieso nichts gut was ist das jetzt in Deutsch sprecht mit Odin oder mir macht mir schon keine Angst hier Feinklingen vergleichen was bringen die 38 das ist doch gut Körperschaden Durchbohrungsschaden Volltreffer 7000 die nehmen wir mit Geschwindigkeit Mittel Schakrams sind auch sowas ähnliches ne Zepte des Bösen hier Kleidung gut in der Rupe werden wir mich zwar nicht sehen aber auch 55 53 50 ok 20 plus 11 mitnehmen 21 auch mitgenommen Amulette 3% Körperschaden 10% Manu Ich brauche Heidrinke Genau aus dem Wetter mit So Unsere Türen stehen immer offen Das weiß ich doch Auch wenn ich es jetzt nicht damit abschlachten kann So Jetzt haben wir mal die Rüstung Ja die kann ich ansehen Das ist natürlich sehr schön Okay Jetzt habe ich natürlich 2 zu Ausrollen Natürlich das wird besser Scheiß Dreck Und jetzt macht ja nichts Ja Jetzt schaut das schon ein wenig besser aus hier Ich muss nicht nochmal stressen Mehr auf Lager Aber wie So Die Dolch behalte ich jetzt erst einmal Das war jetzt mal so Am Rest Mach ich keine Der Blutpest Naja Unsere Türen stehen immer offen Hopp Also ich persönlich Das ist ja echt Wenig Was die hier Schaden machen Bis jetzt lohnt sich das Schmieden Oder nicht so richtig Die behalte ich jetzt erst einmal Zacht Unter den Sternen So So gut Habe ich einmal das hier Gegenstände habe ich doch alles Irgendwas gekauft Ja gut Weinte sie bittere Tränen Ja was auch immer Gut jetzt bin ich wieder schön ausgerüstet Das passt ja Achso man kommt ja nur von oben rein Das ist ja doof Das ist sehr verwirrend Kann ich euch helfen? Nein kannst du nicht Aber danke So nachdem wir uns bezwingen Gerüstet haben Gehen wir mal in die Nähe davon Ja ja hier bringt mir sowieso nichts Hier auch wenn ich euch töte Jetzt sind wir wieder zurück Das war jetzt das letzte Bestschule Ich dachte das Letzte jetzt erst einmal hier ein wenig Ausrüstung sammeln Und machen und tun Naja Gut okay So dann sind wir schon wieder rein Jaja noch einer Oder Fall und Tod auf der Straße Oh was ist nur aus dieser Stadt geworden Wenigstens Wenigstens habt ihr das Pestschild Das wird reichen Eine Weile jedenfalls Danke Danke Und seid gesegnet Falls ihr jemals geheilt werden müsst Kommt zu mir Ist das umsonst? Natürlich nicht Nun Macht euch schon auf den Weg Ja 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 So Ja das mache ich jetzt auch Und zwar Huch Mach ich jetzt die hier Hier muss mal Stufe 10 sein Plus sogar Wird eine angezeigt Hier wird nichts angezeigt Finde ich eigentlich schade Oder war das das? Oder war das das? Ich muss ja mal gucken Ja das war das wo zu stark war Ja das geht Ja das geht Ja das geht Genau das müssen wir jetzt Licht machen Wir haben irgendwie so das Gefühl Oder? Ja genau Dass ich eigentlich viel zu stark für die Quest bin Aber es macht ja nichts Glaube ich mal Ich weiß es sind Es gibt jetzt Diva Mal schauen Und er flügt weg Wo ist er denn jetzt hin? Ach dahint Dahint ist er Ja Seine Eier leuchten Ganz vertrauenserweckend Die Bitzkarte Wo ist jetzt eigentlich hin? Oh Gott da bin ich jetzt einfach nur da unten Ich muss den Weg jetzt einfach hier lang Gut Aber ich glaube ich habe genau das richtige Level Für das Für das hier Das werden wir jetzt sehen Oh schön die Brücke Das ist ja schön Die Brücke ist immer noch gut Und sammeln ist noch besser zwischendurch Oh ja ich bin die irgendwie witzig Oh ja ich bin die irgendwie witzig Also wir giften gar nicht für selber gell Aber einfach keine wenn mir hilft Das ist irgendwie jetzt die Kiste hier auch her oder? Und hier wird mal eine angezeigt komischerweise Diese Geräusche zeigt an dass du dich in der Nähe eines verbundenes Und hier befindest du Achso Achso sind keine Kisten Ja gut Ja gut okay Geht gerade auch noch Na mal nachvollziehen So Wegen Sammeln dass ich meine eigenen Heidrinke herstellen kann Das kann ich ja mittlerweile schon Ja ja ich bin gut mittlerweile Ich kann meine eigenen Heidrinke in meinem eigenen Haus herstellen Uh 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 ich habe mein eigenes Haus Besser wäre das nur etwas Was ich unbedingt die vorherigen Folgen anschaue Da wird Gezeigt wie ich mein Haus kriege In diesem Spiel Finde ich cool Oh und die Quasselsteine Unendlich viele davon Ah wir aktivieren kurz mal eine Nebenkürste Wie ich so das Gefühl Den Einsatzgriff Nehmen die erstmal mit Ok 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 Oh, sieh's in der Gang und wieder. Ich dachte schon fast, ihr werdet nur ein Hirngespinst gewesen. Willkommen bei den Ruinen von Delach. Ich bleib dabei, ihr seid verrückt. Das werden wir schon bald wissen. Tief unter uns befindet sich das Theater des Schicksals, in dem die Unsterblichen die Menschen, Alpha und Gnome lehrten, das Schicksal der Welt zu deuten. Kommt mit mir. Mag sein, dass ich verrückt bin, aber in diesem Punkt bin ich absolut klar. Dies sind die Ruinen des Theaters des Schicksals. Hier haben die ersten Schicksalsweber gelernt, das Gewebe zu deuten. Und sie haben uns ihre Weisheit im Schicksalsstein hinterlassen. Ich hoffe, der Stein kann mir sagen, was ihr seid. Ich bin ein gelieb Mensch. Ah ja, dann kann ich mein Schicksal aus dem Schicksal. Gehen wir rein. Warte halt. Ich möchte mich gerne auf den Xaminen hier. Ich werde ja schließlich meine Haidringe hier alles selber basteln. So gut wie es geht. Blümmer, Haufen. Ich kitte, die greift in einen Haufen rein. Du hast keine Zukunft. Ach, kämpft das wieder? Gehe hier irgendwas. Gehe hier irgendwas. Gehe da! Oh, 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 oh. Ja, und ich erst, ey. Kommt gleich ein Lied-Ding, wo er höchst orange ist. Hey, Cutten, Mann, was ist denn da? Na, was jetzt? Komische, gell? Bleib nahe bei mir, dann rennt er weg. Ja. Ja, ich brauche das große Schwert. Ich brauche das- Ich brauche das. Die Euer, ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche es. Das ist klar. Ich brauche es. Die Duung, ich brauche das. Jetzt, ich brauche die Duung... Oh! ja ein weiterer sick so jetzt muss ich jetzt lang dahinter irgendwo in der so jetzt eigentlich alles für hier konsumgüter auf gesammelt heidränke lebensregulation benutze ich jetzt hauptsächlich einfach giftschutz hartpanzer heidrän, heidrän, heidrän die gesamtrüstung habe ich das scharfen Rad drauf da habe ich so gehe ich jetzt gerade alles doppelt mal drauf Das ist ja immer gut, jetzt kriegen ich schon das Rad, kann ich mal bei großen Viechern lieber. So, läuft's da lang. Kleinere Viecher. Ja. So, mein Freundchen, ja. Mach keinen Lärm. Wir sind hier nicht sicher. Mach Sachen. Ich will eigentlich nur ein wenig rauben. So. Ja. Die Zauberdränge halten wirklich nicht lang an. Das ist ein wenig besser machen können. So, die Tüte kennen wir ja schon. Ich weiß nicht, ob ich zotteren. Ich kann da irgendein Schicksal auslöschen. Ich weiß nicht, ob ich zotteren kann. Ich weiß nicht, ob ich zotteren kann. So, wir gehen. Wir gehen, fähig ihn doch! Wir gehen, fähig ihn doch! Ein weiterer Sieg! Genau, ein weiterer Sieg! Edelstahl durch, richtig Scheles! Einzige, was wirklich gut hilft, sind diese Langzeitregenerationen hier. Die sind echt gut. Den möchte ich jetzt mal vor hinten töten. Distanz. Ach, toll! Ich falle! Nichts! Warum! ja das geht doch 1000 191 EP gerecht jo, haben wir gut gekämpft du weißt natürlich wie sowas lang geht alter ich mach erstmal alles kaputt genau so geht das so Tür öffne dich, Gedanken rauf in den letzten Jahren die ich mich hinter einer Flasche verkrochen habe ist es gut mal wieder ein wenig Aufregung zu erleben ja schön wütig wenn auch zum letzten Mal wenn auch zum letzten Mal ein weiterer Sieg wie gefällt dir das da lebt sich immer erst auf die Flasche ne der hat keine Zukunft mehr es tut mir echt leid wenn ich das so sage aber ah zum roten Dolch auch sehr fein sehr nett so wir müssen jetzt weit lang ja ich geh natürlich in die falsche Richtung aber ja es bleibt wir haben hier nichts anderes drauf scheiße ehrlich gut denken wir beide heim ne heißt es doch immer jetzt kommen wir in den richtigen Kampf rein so oh je so 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 oh 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 Das sieht gut aus. So. Hier sind noch welche. Ich weiß noch gut, ich weiß. wir sind ein dream team... gut auf der karte ist deswegen mehr ausgeschaut da bin ich ja echt froh dass ich eine gescheite waffen halbwegs sief gehabt habe effektschaden pipapo blitz und gift schaden und überhaupt ein einziger schaden hab meine aura noch ein wenig und die sift schade deswegen hier muss ich jetzt sagen so ohne das wäre ich glaube ich verloren das ist der wahnsinn hm wann kann ich oben stehen und zuschauen eigentlich auf 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 w w we Oh, drei, ohne die P. hat der immer mit seinem was zu trinken ey Da braucht ihr öfter Schnaps wie sonst da was. Warte dir wieder drauf von der Tür? Ne, freilich. Braver. Sesam öffnet dich. Es wird auch Zeit. Och, nee, nee. Moment. Schnell speichern. Eieiei, bis ich da... Ich habe das hier gesehen. Diesen Moment. Es tut mir leid, meine Liebe. Weiter kann ich euch nicht bringen. Eieiei, bis ich zum nächsten Mal. Und die sind nur ein paar Mal. Oh, da kann ich glaube ich nicht. Ich bin noch am Leben. Er sollte eigentlich... Habt ihr auch nur die geringste Vorstellung, was ihr da getan habt? Mit welchen Mächten ihr euch einlasst? Ich hab das Schicksal verändert. Ihr habt alles verzehrt, was er war. Alles, was er noch tun würde. Ihr habt das Gewebe des Schicksals selbst verändert. Euretwegen gibt es Taten, die er nicht vollbringen wird. Kinder, die er nicht zeugen wird. Opfer, die nicht sterben werden, wenn sie es sollten. Ist das ein Problem? In diesem Augenblick? Nein. Ihr habt vermutlich unser beider Leben gerettet. Aber niemand kann sagen, welche größeren Veränderungen ihr damit an den Schicksalen aller vorgenommen habt, die mit euch zu tun haben. Ihr seid weitaus gefährlicher, als ich angenommen hatte. Wir müssen euch umgehend zum Theater des Schicksals bringen. Ja. Mach mal hin. Ich mach jetzt mal Stufenstieg. Aufstieg. Oh, geil. Das ist natürlich richtig geil, ne? So. Äh, Schmiedekunst bin ich ja schon da. Das ist gut. Sinneschärfen bin ich auch schon da. Bangen, hab ich jetzt auch mal einen Punkt. Hm, hm, hm. Was machen wir denn? Alchemie am besten noch ein wenig ausbauen. So. Ah, auf 20. Ah, auf 20. Sieben Prozent Schadensresistenz. Das machen wir doch. Das lassen wir so. 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 Das habe ich hier ausgerüstet. Christian, ja, muss 0. So. Jetzt wollen wir mal. Jetzt hätte er mit Problemen nicht den Rett. Schön bei mir bleiben. Ja. Muss doch so lang, ne? Ja, ja. Langem Gang muss ich langen. Da muss ich hin. Und da sind schon wieder Feinde. Hurra. Kleine oder große? Na, kleine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie lange will denn das kommen? Ich muss mal den rum eiern hier. Hey, ja, 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 ja. Halt, da blinkelt was. Ich kann nicht die Fette herstellen, wenn meine Tränke nehme. Das schaut doch gut aus. Türket ist auch immer gut. So viel unterwegs. Wo ist denn der jetzt hin? Renn die schon wieder. Erst rennt er bloß nach. Jetzt rennt er voraus. Schlimm. Ah, bis die nächsten Tür schafft. Jetzt erzählst du mir wieder was? Das Theater des Schicksals. Ich hätte nie gedacht, es mal mit eigenen Augen zu sehen. Hm, naja. Hübsch ist anders. Schwer beschädigt. Ganz toll. So gut ist das glaube ich, oder? Also das passt uns nicht. Hier Reparatur geht. Nutzen. So. Verdammt neu. Das ist wahr. Oder? Oh nein, das wollte ich nicht mehr kaufen. Habe ich nicht mehr. Ach, rennt er wieder vor. Wenn er hinterher rennt, weiß ich genau, dass kommen Feinde. Wenn er voraus rennt. Kommt nix. So ist es. Und so wird es auch immer sein. Wir Schicksalswebe haben die Macht dieses Ortes nie ganz verstanden. Es gibt offenbar so einiges, was wir nicht verstehen. Ja, irgendwie schon. Mich versteht ja auch keiner. Bei den Göttern. Ich hätte noch eine Flasche mitnehmen sollen. Ich sehe nix Gutes. Ich werde noch nicht mehr. Ich werde dich versuchzen. Woh, was meine andere Schicksal hat bedeutet, Woh, was meine andere Schicksal hat? Woh, was meine andere Schicksal hat ist? Es kommt nicht überraschend, dass ein Iskaru den Weg zu diesem Ort der Macht gefunden hat. Alles an diesen Ruinen ist allein auf diesen Raum ausgerichtet. Und der Schicksalsstein ist das Zentrum all dessen. Mit seiner Hilfe lehrten die Feien die Schicksalsweber die Antworten auf die Verborgenheit. Geheimnisse des Schicksals zu finden. Legt eure Hände auf den Stein. Vielleicht finden wir dann auch Antworten auf eure Geheimnisse. Was soll ich machen? Legt einfach eure Hand auf den Schicksalsstein. Er wird mir zeigen, wie ihr in das Gewebe des Schicksals passt. Nochmal? Ja, aber das mache ich jetzt nicht sofort natürlich. Denn meine Senderzeit ist schon wieder rum. Vor 50 Minuten sind wir schon wieder vorbei. Sollte ich noch einen Scan. Und wenn ihr wissen wollt, was ich für ein Schicksal habe. Was jeder für uns für ein Schicksal hat. Und warum ich hinten am Rücken auf einmal komisch leuchte. Ach, das sind die Klingeln wahrscheinlich, ganz sicher. Ja, das sind die Blitzklingen, genau. Ah, schaut doch cool aus. Cooles Breakdown-Licht. Und dann schaltet auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein. Ja, schaltet auf jeden Fall wieder nächstes Mal ein. Abonniert mich, kommentiert nicht. Und Halli, tschüss.